Unser Filmstar des Monats. Bitte Sie wünschen? Sonja Ziemann. Ich? Natürlich! Fragen Sie nicht! Geh ich Sie schon! Sie versäubern mir sonst den Zug! Lassen Sie uns doch bitte, Fräulein Inge, noch die paar Stunden hier. Sie ist doch schließlich die Hauptperson bei dem Festspiel. Zu ihrem 95. Geburtstag erinnert Heimatkanal an die beliebte Aktrice und zeigt sie in vier ihrer schönsten Filme. Das ist wohl das Beste. Jeden Mittwoch im Februar um 20.15 Uhr. Nur auf Heimatkanal.